herzlich willkommen zurück zuletzt bei remember me heute werden wir mal schauen ob wir die server finden werden oder ob wir die erreichen werden hier ist schon wieder eine remini szene wem folgen wir madame acht beide wege sind in ordnung dann folgen wir mal hier nach links synchronisieren synchronisieren erfolgreich das klopf klopf hapte ich auch kompass wir müssen darüber also müssen wir doch rechts ich wollte zwar nicht aber okay rechts eigentlich ist es immer rechts okay ich glaube die wird jetzt gleich hier irgendwo kommen sie weiß dass wir hier sind was geht denn jetzt ab ein neuer kombo ist im kombolab verfügbar drücken sie selekt um inszenen ding hier was was ist denn hier verfügbar war ich denn hier verfügbar irgendwie das hier na gut das ist doch nichts also für mich ist doch nichts neues lol ok und wir haben noch nicht mal lol ok wir müssen uns also mit dem hier ah ok wir können die also nur ok hast verstanden wir können die also nur mit diesem ding hier weg ballern ok da sind komische füchern ok wir müssen also immer erst ihre kack ausrüstung hier zerstören mal ein bisschen leben hier schnorren von denen bam ok die sind also auch weg dann so wir haben volles leben weg so wir haben volles leben weg das sieht nicht gut aus du bist warum so aufgebracht schatz lassen wir die dummen spielchen komm ich warte das hört sich nicht so armormäßig geil an ach guck mal da steht sie hast du mich vermisst nicht schlecht eine eingeklinkte reminiscence wusstest doch dass dir das gefällt ich will mein gedächtnis zurück alles ist hier du brauchst nur zu schauen ihre spielchen machen mir keine angst madame bald meine kleine sehr bald krasser scheiß alter schwede was geht denn da ab ok das oh ja ich muss mir kurz ein lichtchen anmachen warte mal ganz kurz weil es wird jetzt doch ziemlich dunkel und das weiß hat mir jetzt übel in die augen reingeballert so ja ok jetzt sind wir gefangen lol ok das sieht ein bisschen aus wie ganz am anfang krass aber wir müssen dorthin springen ok äh what the alter schede krass ein besonderes spiel ein besonderes spiel nur für dich willst du eine privatstunde ja warum nicht bam oh wir müssen wir müssen madame also töten die können wir jetzt so und madame schießen wir also so ab oh und wir können sie dann praktisch angreifen oh die kann viel coolere sagen machen wie wir so wir nehmen eine logikbombe spiel spiel wir noch einmal aber nur noch einmal dann auch für dich dass du auf dem boden legst oh da ist schon wieder so ein Arschloch bekämpfe nicht die lust nicht anzureden so oh jetzt kommt schon einer muss doch jetzt mal umkippen hier ok jetzt so einfach geht's nicht haben wir zwei fokus oh scheiße gib sie ihm ok jetzt machen wir einfach mal hier den den s rein ähm dos und den sensor was rein dann hauen wir einfach mal eiskalt hier drauf genug davon du besiegst mich nicht äh äh doch ich hoffs so wo ist es was denn jetzt was passiert denn jetzt lol was passiert denn hier lol was passiert denn hier lol ich hab mal voll scheiße hier weil ich kann sie gar nicht anvisieren scheiße gell finde ich auch wow wo ist denn die der ist schon mal weg ich brauche leben da war möglichst da war möglichst so die mine dran oder dieses ding und dann bam jetzt erstmal alle weggeballert weggeballert oh scheiße schon wieder die kacke hier so einfach kriegst du mich nicht oh nein 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 doch das ist ganz schön schwierig wenn ich die lust mich anzubeten so so ich muss hier irgendwie die mal wieder anwischen können dann geht's nicht ach du scheiße nicht schon wieder das schaffst du nicht ich verstehe gerade den sinn nicht irgendwie ich kann sie ja gar nicht mal angreifen aber sie macht nur unendlich viel schaden ach du scheiße wir werden gleich sterben ist es jetzt schon schön ah ok verwenden sie das ok ich hab noch raserei super vom feilischen augenblick reingehauen so alter schwer da ist einfach gerade nur noch x drücken und ähm ausweichen du kann das glaube ich ein bisschen so austricksen jetzt kommt glaube ich wieder diese wixer ich brauche leben das schaffst du nicht hm oh kack ich brauche leben ich brauche leben ich brauche leben pfff scheiße ich brauche leben und das sind dann noch auf und wir sind tot scheiße ich habe gewusst dass wir sterben werden aber ok das ist wohl ein bossfight irgendwie dein widerstand begeistert mich schatz bam wir geben da gleich mal keine chance wir geben irgendwie irgendwas die braucht erst gar nicht meinen wir sie hat eine chance hier gegen uns erbärmliches Würstchen mhm herbärmliches Würstchen so ich möchte eigentlich mit dem impressons benutzen immer warten bis wir die tussi da oben runter bekommen bis wir die tussi da oben runter bekommen bis wir die tussi da oben runter bekommen bäm ok jetzt haben wir zwei ich würde mal sagen das hier können wir mal machen diesmal solltest du für immer bleiben bäm und jetzt machen wir gleich mal hier raserei an und dann gehen wir da bös scheiße spielen wir noch einmal ja das spielen wir noch mal so ach hier sind schon wieder diese komischen Remisni Szenen kacke hier so wir wir halten wenigstens gut unser Ding ein und wir ich tue jetzt das hier mal reinhauen naja ok dann gehen die halt so weg so so jetzt hatten wir grad raserei jetzt ist die blöde Kuh wieder weg am besten ist es wenn ich die ganze Zeit auf Zeit spiel also Zeit mache hier dann sollten wir glaube ich am besten durchkommen ich brauche noch ein bisschen ah nein wir haben ein Kombo ähm diese Dinger zweimal so wo ist denn die ja so jetzt können wir nämlich mit raserei drauf kloppen so das wollen wir noch sehen so Alter Alter Schwede jetzt mal gucken Miau weg 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 oh scheiße nein so einfach geht's Alter das ist auch boah Alter das gibt's nicht so einfach kriegst du mich nicht so einfach kriegst du mich nicht jetzt voll dammit okay 17 Sekunden noch aushalten und dann kommst du wieder runter oh scheiß vorhin ist auch angesprungen so acht Sekunden noch so nein so einfach ging's nicht so also diese Fokusse und so sind extrem wichtig für also die SAT Patchen und so zu sammeln ist extrem wichtig für ähm die Bosskämpfe Rasserei Rasserei einsetzen scheiße hat nicht viel gebracht jetzt so ich versuch mal mit ähm mit dem Leben das gab es ganz gut aber ihr Leben ist halt noch extrem voll die hat ja noch drei Viertels von ihrem Leben das ist das ist wird extrem krank schwer so jetzt kommen wenigstens hoffentlich wieder solche ja habe würde ich gern machen die 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 sind zu den es k straight buck guck auch leben und focus so wird das 18 Sekunden Der zweite Fokus ist nicht ganz voll Muss ich probieren, dass ich das rein bekomme So So, noch eine Sekunde Scheiße, jetzt Bam, ja, die dumme Kuh Jetzt gebe ich dir Böse Dammit Jetzt, Raserei Ich weiß nicht, ob Raserei das Beste ist Oder ob ich nicht das andere nehmen soll, lieber Weil da schaue ich zwar mal drauf Ich probiere später mal das andere hier Diese Mine an sie anzubringen Diese Bombe Und, ja Boah, das ist gerade Extrem Karre mit dem, mit der Ansicht Ja, weil ihr Leben Geschwindet sozusagen gar nicht Boah, da ist schon wieder ein Arschloch Ich muss versuchen hier So, ich brauch auf jeden Fall Ja, das war gut Jetzt brauch ich Zeit Viel Zeit Ja gut, 22 Sekunden etwa Oh Mann Kacke Ja, zwei, beide Fokus sind aber voll Das ist gut Das ist sehr gut Ich weich gerade nur noch aus So, noch vier Sekunden Schön, dich wieder zu sehen Okay Okay, jetzt kann ich das Bam Und perfekt Sie ist direkt neben mir So, okay Aber ihr Leben ist es Schon Wenig runtergegangen Gut runtergegangen Das muss ich wohl jetzt immer einsetzen So Gut, eineinhalb Minuten Äh, Minuten So einfach Kriegst du mich nicht Einfach So, eineinhalb Minuten Fast schon Bis ich das nächste Mal Das Ding einsetzen kann Ich brauche jetzt solche Gegner Naja, da kommen sie ja schon Leben, 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 leben Nicht Leben verlieren Sondern Leben holen Das schaffst du nicht Wie? So, ich hab gedacht Da oben steht So ein Ding Aber so ist Aussie doch nicht Oh Okay, das war wieder Nicht so Ähm Der beste Ähm Ding Kampf hier Ich muss versuchen Auszuweichen Er hat mir jetzt kaum was gebracht Ein bisschen Fokus hat er mir gebracht Aber Sonst nichts Ich brauche Kämpfer So Wo sind denn Kämpfer? Hier So Ich brauche Zeit Und Leben Das schaffst du nicht Wie? So Rauffauen Rauffauen Und nochmal ein bisschen Leben Bevor die weggehen Sobald die weggehen Jetzt Das Ding runter Nein Nein, scheiße Das war falsch Na egal Ich hau drauf Und Verdammt Oh, scheiße Das wird jetzt ziemlich Steig Auf, nie Ich stehe auf Dass wir hier wegkommen Ich brauche Zeit Zeit, 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 Zeit Und Fokus Und ein bisschen Leben Wäre auch nicht schlecht gleich So einfach Kriegst du mich nicht Boah So Ja, die Tipps sind ganz gut Und wenn ich es nur Machen könnte Würde ich das ja machen So Wohin das scheiß Ding Wo ich hier immer rumschießen Ich gebe mir lieber auf die Nerven Ich muss doch hier irgendwo rumfliegen Nein So einfach geht's nicht 80 Sekunden jetzt Noch Beide Fokus sind fast voll Ich muss das nicht mal ein bisschen mehr auf Zeit spielen Oh, damit Das wird extrem Kacke Oh So, jetzt muss ich schnell hier gucken Hier Komm her Jetzt brauche ich auch noch ein bisschen Leben Leben, habe ich gesagt Leben So einfach Kriegst du mich nicht So Und jetzt das Ding runter So Logikbombe Reinhauen Und weg Springen Boom Ja Das war's Erstmal Mal Ach du Scheiße Jetzt geht's glaube ich erst richtig los Ach du Scheiße Die Musik sagt Nichts Gutes aus Was passiert denn jetzt Okay, wir schießen sie einfach mal runter Lol Oh, wir haben sie gleich gefunden Ich brauche Leben Und Fokus Bam Das waren 5 Mit Kombo Oh Wir haben hier auf jeden Fall schon mal gut Leben gezogen Das war schon mal sehr gut Dein Widerstand begeistert mich, Schatz Ich glaube, danach kriegen wir ziemlich gut R&P Punkte Können wir es denn mit dem hier sehen Okay, das hat nicht sehr viel gebracht So Wir bauen auf jeden Fall hier Die Reminis Reminis Wie komme ich jetzt auf Reminis Hier, ne So 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 Das Ding anbringen Und weg Und einfach nur weg Okay, das hat gut Schaden gemacht So 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 Sie hat das Ein Viertel Leben noch Ein bisschen mehr zu ein Viertel Leben Das sollte noch zu schaffen sein Jetzt Wir dürfen bloß nicht mehr sterben Geh zu mir! Dummes, aufsässiges Kind! Dein Widerstand begeistert mich, Schatz! So! Und jetzt... Trasserei reinhauen Verdammt So! Amagei, so! Ich brauch ein bisschen mehr Leben So, haben wir den gleich mal hier weg So! Ich brauch ein bisschen mehr Leben Ich brauch ein bisschen mehr Leben Definitiv So! Das nervende Ding Zumindest mal weg So! Bäm! 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 Und dann hier Die Tussi runterschießen Die Madam Wenn ich genügend... Okay, jetzt mach ich's einfach Bäm! 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 Wunderhauen! Die schaffen wir! Die packen wir! So! Be어! Boah, krass! Alter! Krasser Scheiss! Alter Was zur Hölle Oh, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hauen runter! Ja, holen runter! Yeah! Wir haben es geschafft Alter scheiße War das ein Bossfight? Hammer mäßig, echt geil Hammer, wir haben es geschafft Wir haben... Madame, du tötest! Schuhe aus, liebe Madame! Madame ist ausgeschaltet. Nimm Ihren Vorspammer, um die Gedächtnisserver aufzuknacken. So, wir knacken das beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, bis dann. Ciao!